Ach, hierhin. Oder kam ich da nicht gerade her? Ne. Verwirrend. Ah, hier geht's aus. Ne, hier kam ich noch her, oder? Ne. Sonst wär die Kiste leer. Und es ruckelt. Welch eine Freude. Boah. Ne, kam ich nicht hierher? Ah, nein. Okay, hier ist jetzt das Ende. Hilfe, wie kommt ihr darauf, dass Hilfe eintrifft, bevor noch mehr von diesen Kernen kommen? Boah, Alter, was ist denn das Flugfleck da gerade gewesen, ey? Ne, ich hab euch gerettet. Ist aber ein bisschen freundlicher hier, ey. Das ist doch eigentlich für ein Arsch. Nein, er ist keiner von Ihnen. Ne. Er kann uns helfen. Er muss uns helfen. Sie können nicht verstehen, weshalb ich euch vertraue. Sie haben nicht gesehen, was ich sah. Tja. Wie soll ich das erklären? Hört zu. Kennt ihr die Neuen? Wie sie unsere Schicksale mit unsichtbarer Hand leiten? Na klar. Die Neuen Führung und Schicksal. Ich habe den Neuen mein ganzes Leben lang gedient. Und ich finde meinen Weg durch die Zyklen des Himmels. Der Himmel ist mit zahllosen Funken markiert. Jeder von ihnen ein Feuer. Jeder von ihnen ein Zeichen. Oder einfach nur ein scheiß Stern. Ich kenne diese Sterne gut und ich frage mich, unter welchem Zeichen stand eure Geburt? Ach ja, jetzt kommt das. Äh. Äh. Ich würde sagen, der Dieb. Schlau nehme ich immer in dem Spiel. Ja. Die Zeichen, die ich gelesen habe, deuten vom Ende meines Weges. Der Tod. Ein notwendiges Ende. Wird mich zu gegebener Zeit ereilen. Bam, bam, bam. Was ist mit mir? Eure Sterne sind nicht die meinen. Heute soll der Dieb eure Schritte auf der Straße des Schicksals leiten. Könnt ihr mein Schicksal erkennen? Oh, komm. Ich gehe in mein Grab. Eine Stimme schriller als jede. Ihr könnt mir eine Weile lang... So. Ich? Oh, Firm. Ihr könnt euch eigentlich auch... Was? Wir sind die Leib... Wir sind... Na, ich will speichern jetzt hier. So. Bleibt in unserer Nähe und lasst uns unsere Arbeit machen. Schnell speichern. Ich werde jetzt mal ganz kurz gucken, wie die Aufnahme qualität ist. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Äh. Ich habe die jetzt mal ein bisschen leiser gestellt. War ein bisschen zu laut. Äh. Und weiter geht's hier. Ey. Jihihi. Bad Word. D.B. Waaah. Du bist so doof. Schau dir, Schwer in die Fresse. Jetzt ist ... Nein! Die wollte er eigentlich quatschen. Da ist noch mehr. Ja! Ja! tschuldigung lass ich grad ins mikrogebild blüht habe nein was war das denn jetzt hey ich hab mal einen ganz anderen Zauber den wollte ich haben der ist dabei, trank der Exerei und das hat sich gereimt ich geh vor dir Kaiser ich bin was besseres als wie du ne Kollege das will ich mir ansehen dann schau dir das mal an sieht aus wie einer von denen einer bei einer great fuck niemand da los jetzt wir sind schon fast bei den Abwasserkanälen ja dann ja hopp komm ich muss einen Zeitplan einhalten kommt das Gitter von da oben schrei doch nicht so rum mit dem Seitengang dort hinten einen Versuch ist es wert auf geht's januari hier ist der aus baugerüst baugerüst geht vor das ist eine Sackgasse sie sind hinter uns wartet hierher oh ihr bleibt hier beim Kaiser schützt ihn mit für die Klinge für den Kaiser was redet ihr mal eure Sätze zu Ende ja was ja richtig toll ich kann nicht weitersprechen nehmt das findet lol ich hab mir auch ein neiiiin auf dem ist in der Evo fuck ich bin tot bam sack Sacklein Sandalen Infravision was hat denn der so dabei ach schade ich kann die nicht durchnehmen äh ausnehmen ja du hast du hast am meisten versagt Klingen haben geschworen den Kaiser zu schützen und jetzt sind er und all seine Erben tot das Amulett wo ist das Amulett der Könige bei der Leiche des Kaisers war es nicht der Kaiser hat es mir gegeben er hat etwas in euch gesehen hat euch vertraut es heißt es ist das Drachenblut das in den Adern der Septime fließt sie sehen mehr als gewöhnliche Sterbliche ja das Amulett der Könige ist ein heiliges Zeichen des Kaiserreichs die meisten denken an die Krone des Roten Drachen aber das ist nichts als Geschmeide das Amulett hat Macht es heißt nur ein wahrer Thronerbe des reinen Bluts kann es tragen er muss es euch aus einem ganz bestimmten Grund gegeben haben sagte er warum nö ich muss es zu Joffre bringen Joffrey? das hat er gesagt warum? es gibt noch einen Thronerbe er gehört aber Joffrey müsste das wissen er ist der Großmeister meines Ordens auch wenn ihr das nicht unbedingt denken würdet wenn ihr ihn seht er liegt friedlich als Mönch in der Venon Priorei in der Nähe von Koroll lol als erstes müsst ihr hier herauskommen diese Tür muss zu den Abwasserkanälen führen am versperrten Tor vorbei dort gehen wir hin das ist ein Geheimweg aus der Kaiserstadt heraus oder war zumindest einmal geheim hier ihr braucht diesen Schlüssel für die letzte Tür zu den Abwasserkanälen okay die Abwasserkanäle jetzt muss ich eine Klasse auswählen welche hatte ich letztens ich kann selbst ach ich kann selbst eine Klasse erstellen cool Schnelligkeit Konstitution ach ich nämlich den Kundschafter jup schon muss ich mal die Sprung schütze durch die Abwasserkanäle und da geht klar Chef ja gut der Kaiser tat gut daran euch zu vertrauen was ist mit euch was wäre die hier so bewache ich den Kaiser und stelle sicher dass euch niemand folgt macht euch lieber auf den Weg möge euch Talos leiten übrigens vielen Dank für die Bergung von Käpt'n Renos Schwert ich werde dafür sorgen dass es einen Ehrenplatz in allen der Klingen bekommt nein das ist mein Schwert sag mal bist du behindert Arsch jetzt hab ich kein Schwert mehr was ist das denn für ein Wichser toll blöder Pisskopf was für ein Wichser ok ich kann direkt in die Fresse hauen äh hier rein so jetzt geht's jetzt schneller hier ah das kann ja auch hier durchgehen Bauguruss Bauguruss Schlüssel oh oh